Ja, schau es. Ja, das ganze Felslager ist verschwunden, aber lauf mir mal hinterher und nicht wegen irgendeinem Scheiß wieder stehen bleiben. Bleib auf der Seite, ja. Siehst du über den Zaun, guck da hinten, also da rocken manchmal welche. Aber wir haben noch, obwohl ich hab ne Waffen, ich könnte... Du musst nicht immer zuerst sterben. Ach, schon. Hm, Jack, bleib hier mal stehen. Versteck dich mal in nem Busch. Guck rüber, wenn du kannst, irgendwie. Ja, in Turm ist einer. Ja. Ja. So, jetzt. Gucken wir, wo er hier zurück bleibt. Finde mal hier ein Loch unter der Mauer. Helfe an. Bleib unten. Nein, bleib unten! Bleib unten! Oh, die laufen davor, die laufen zum Hangar. Das sind 3 Stück sogar. 4. 4. So, und jetzt gehöre ich. Ich klebe mit deiner Waffe. Waffe. Das heißt, am besten du trinkst was. Bluten sie die ganzen Hangar. Okay, beobachte sie mal, ja? Ich hole mir einen Trink. 3 Stück Hangar, einer geht wieder zurück. 1, 2, 3. 4. Tut sich nix, weil der eine läuft rechts rum. 2 Stück. Links. Also, die haben sich gesplittert. Aber nicht in unsere Richtung. Ne. 3 Stück sind links zum Haus. Eine davor und eine. Eine rechts. Einer ist noch hier. Ja, ja, ja. Da läuft er. Die gehören nicht zusammen. Oh, das ist ein Zombie. Auf was er geschossen hat. Die Überreste machen wir. Oder innen im Haus geht's ab. Oh, die schießen. Die gehören nicht zusammen. Aber im Haus geht's ab, glaube ich. Mhm. Im Haus geht's ab. Ja. Ja. Dein roter Rucksack ist scheiße. Komm bis hin zurück. Max, wenn du jetzt liegst und auf Q drückst, dann drehst du dich so. Mach mal das. Und jetzt komm mal mit. Ja, mach jetzt einfach mal. Rollen. Die kommen gleich raus. Und wir könnten uns hier irgendwo verschanzen. Gute mal, wir werden sowieso nicht gegen 4 ankommen. Dann komm bis hin. Dann kommst du dich auch. Ja. Ja, ja. Bist du denn hacken? Dann bleiben wir hier stehen. hier bleibe ich wir hocken da drin immer noch wir hocken immer noch da drin vielleicht lagen sie sich aus oder sie sortieren sich wenn du jetzt unter es unter escape und konfiguration deine sichtfeld nach nach unten nach links machst dann siehst du richtig viel muss man aber wieder zurücksetzen solchen angst machen und du denkst du die looten nur und loggen sich hier kurz hier in den baracken neben uns das sind sachen siehst du das fenster das untere fenster genau ob jemand da drin ist dann könnte ich kurz überlaufen du machst schaust hier kurz siehst du es ja ja ich bin zufrieden jetzt kommt einer raus scheiße 2 2 die man die Tür zu eine läuft rechts einmal links nebenbei der beides rechts bleib noch da und sag mir wenn sie da ist ich guck mal hier ja ich sehe sie noch genau hinterm hangar wer hat geschossen die drüben aber auf was weiter ist auch drüber jetzt schießt noch einer jetzt kommt noch einer am ende bleibt dort liegen er ist kommt aber irgendwie hinter dir woher jetzt ist am hangar einer gelaufen jetzt läuft er da hinten durch und ein zweiter hinterher die sind am tower siehst du es ja ja scheiße und irgendwo am ende des erfülls ist noch jemand wo laufen die hin wo laufen die hin und wieder zurück komm zu uns scheiße soll ich auf einen schießen warte noch nicht aber dann kriegst du dich warte 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 jetzt kommen jetzt kommen noch welche zum bis kommen ein zombie kommt eine wird angeschliffen wenn ich jetzt schieße dann ja dann wissen wir dass sie da sind warte mal wer soll ich schießen echt er ist zu weit weg oder er verbindet sich da eine sollte auch da kommt noch ein dritter weiß ich warte zwei schüsse habe ich da drin in die place das ging zu nah ich habe einen ok rück dich wieder hin Suchen Sie mich Wir sind im kleinen Haus Okay Ich glaube die haben keine Munition Es kommt aber ein zweiter Zombie noch dazu Zu denen, ja? Ja, recht am Tower Zu dem Tower kommt der Kreis Aber der kommt doch nicht zu mir Der kommt zu mir Soll ich aufschnellen und schnell zu erleichtern Boah, scheiße Da kommt jemand Wieso habe ich das gemacht? Jetzt läuft er und er lootet die Leiche Ich komme jetzt zu uns, oder wie? Naja, hier, da läuft er hinterher Ah, du bist es? Jaa Hilf mir Komm an der, an der Mauer entlang Jaa, es gibt echtes Loch Mann, die sind zu 5, Max Egal Hau an der Mauer entlang, ja? Hol ihn, hol ihn, hier, hier, hier Wo ist einer? Wo ist hier? Hier Schau mal An der Mauer Ich bin an der Mauer Ich sehe nichts Innen, Innenseite Mauer Oh Mann, Innenseite Mauer Jaa, nicht Innenseite Mauer, sondern Außenseite Wie soll ich da reinkommen? Wie soll ich das sehen? Sag mir das Wenn wir nicht rinden Hm? Sag mir, wie hätte ich das sehen sollen? Na komm Lebst du, oder bist du tot? Ja, ich bin nie Wir sind alle hierher gelaufen zu uns Ja, das weiß ich Ich stehe ja Ich bin doch nicht auf der Strasse Was soll ich auf der Strasse? Ja, ich bin hinter die Strasse Ja, wieso denn? Da hat einer hinter der Axt Da hat er eine Axt und sie ist mir hinterher gelaufen Ja, deswegen Der erste, zweite, vierte Der ist super Die hätten an der Mauer Innenseite vorbeilaufen sollen Da hätte ich sie erwischt Du rennst irgendwo hin, wo ich sie nicht sehe Ja, komm Innenseite Mauer Du sollst nicht machen Ja, Max Wie hätte ich den Typen auf den Airfield abgeknallt? Ich sehe doch nicht durch die Mauer durch Ich bin doch innen drin Wenn du da vor Ja, wenn du da doch wegläufst Dann sehe ich doch nichts Ich sehe doch nichts, wenn du an der Mauer vorbeiläufst Bei welcher Bauer? Bei welcher Bauer? Wo warst du, Mann? Wir saßen daneben und dann bist du ins Haus Ja, genau Ich stehe die ganze Zeit neben dem Haus Also da stand ich die ganze Zeit Ja, dann hättest du alles sehen können Ja, eben Ich habe gesehen, wie du weggelaufen bist Und dann dachte ich mir Okay, dann kommen wir einfach zu mir In zum Haus Nee, du läufst weg Irgendwohin, wo dich keine Sau sieht Und ich soll hinter vier Stück herlaufen Scheiße, hier jetzt kommt einer Scheiße Renne doch, Mann, du Futz Ah, jetzt will er mich erschießen Oh nein Träck Slag, Mann, echt Fick dich, Slag So, ich hab ihn erwischt Ich hab ihn erwischt Ja, zwei Granaten Ja, zwei Granaten Scheiße, scheiße, scheiße Irgendjemand ladet hier nach Ja, das ist der fucking Clan, oder? Ja, ich hab zwei Stück von denen Mach die Dreckswaffe zur Seite Und lauf Oh, leg dich hin, du F... Oh Mann, echt Das ist ein Drecksspiel Ich kann da nicht durchkriegen Klasse, scheiße Ey, ist das ein Fuckspiel, Mann, echt Da ist ein Loch in der Mauer Ich komm da nicht durch Jetzt suchen die mich Schießt da jemand noch? Die suchen mich, krass Mein Lack ist Pain, steht da Mein Lack ist Pain, steht da Mein Lack ist Pain, steht da Dann schießen die auf irgendwas Dann schießen die auf irgendwas Dann schießen die auf irgendwas Jetzt schieß ich auf den dritten, aber Das war Bullshit Jetzt schieß ich auf den dritten, aber Das war Bullshit Jetzt bin ich tot Scheiße Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Vielen Dank.